Hier sind wir jetzt an der 1 Mall. Hier konnten wir mit dem Bus kostenlos herfahren. Und hier gehen wir jetzt ein bisschen Shopping. Schauen wir einfach mal, was es alles so gibt. Vom Urn über modischem Lacoste, Rue Vuitton. Hier gibt es diese. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Und wir haben teilweise bis 70% haben sie noch in der Schlussverkauf im Moment. Das ist eben das Schöne.